Ja, also wenn man uns vorher gefragt hätte, hätten wir glaube ich die 8 zu 2 Punkte auf jeden Fall genommen, gerade weil das Auftaktprogramm auch nicht so einfach war mit drei Absteigern aus der Bundesliga, denke ich ja, auf jeden Fall ist der Saisonschlag geglückt. Ja, die Trainingssorge war soweit gut, anstrengend natürlich wieder, aber ich denke wir haben uns gut vorbereitet und haben ordentlich Gas gegeben. Die sind auf jeden Fall sehr eingespielt, weil sie schon sehr lange zusammen spielen, haben in den letzten Jahren immer eine starke Abwehr gestellt mit einem guten Torhüter dahinter, der ja im letzten Spiel auch einige Welle gehalten hat. Ansonsten im Angriff kennt man ja Patrick Schmidt, der Dreh- und Angelpunkt ist, zusammen mit Kaufmann und ja, ich denke die geht es auf jeden Fall auch so. auszuschalten. Danke dir Flitzi. Sehr gerne. Sehr gerne.